Ich glaube, du brauchst das Training, das du brauchst. Susanne hat genauso wie die ganz anderen Mütter und Eltern bei uns extrem viel geäußert, weil jede Woche mit mir war, auch von ihr alle betreuert. Und er hat sehr, sehr viel gemacht. Und in dem entsprechenden würde ich dich einmal ganz herzlich bedanken. Und du bekommst natürlich ein Training, das du von uns. Okay, außer allen anderen, ich weiß nicht mehr, wie das angefangen hat, also irgendwie vor zwei Jahren und letztes Jahr und dieses Jahr haben wir irgendwie mehr Klamotten von nach Hause bekommen, als wir hingenommen haben. Und das ist ja dann, dass wir einfach unglaublich viel gescheckt bekommen haben. Und dazu möchten wir euch gerne zurückgeben. Dafür kriegt ihr jetzt ein Transport-T-Shirt. Und das steht jetzt ganz gut. Und ich hoffe, das T-Shirt gefällt euch. Und wenn ihr das in einem Moment mal tragen würdet, dann würde ich mich nicht freuen. Also einmal einen herzlichen Dank und einen großen Applaus für unsere Unterstützung. Ich muss stellen herauf, dass Frau die Städte-Verte, Stadtpräsidentin Frau E. Spiegel auch eingetroffen hat. Vielen Dank.